Liebe Kinder, ich bin der Onkel Hotte und falls ihr noch nicht draußen wart, das ist Schnee. Wenn ihr nicht wisst, was Schnee ist, zeige ich euch das. Man nehme die zwei Hände und dann hat man einen Schneeball. Und wenn man dann zum Beispiel noch einen nehmen, dann hat man noch einen und dann noch einen. Und dann haben wir einen kleinen Schneemann. Der Hotte hat nur Blödsinn. Schneemann! Moment, Moment, die letzten Sekunden eines Schneemanns!